Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir bei der zweiten Bücherwoche des Jahres 2018. Ja, schon die zweite Woche ist in diesem Jahr wiederum und ich fand auch diese Woche ist wirklich sehr, sehr schnell vergangen. Was zum einen an Büchern lag, die ich in dieser Woche gelesen habe, zu anderen an Serie, an einer Serie, die ich ja so ein bisschen gesuchtet habe und zu allerlei anderen Dingen in dieser Woche. Ich war, wie man unschwer erkennen kann, ja, beim Friseur. Ich war jetzt ein ganzes Weiche nicht, ich glaube, das letzte Mal vor meinem Urlaub, Ende September und hatte mich tatsächlich ein bisschen an diese etwas längere Frisur, an diese etwas längeren Haare doch ganz gut gewöhnt. Es war nur, ja, sehr anstrengend, jeden Tag Haare zu waschen, jeden Tag da irgendwas mitmachen zu wollen und wer immer sagt, kurze Haare sind praktisch, der hatte nie kurze Haare, denn ich habe durch das Gefühl, mit kurzen Haaren ist man gefühlt ständig beschäftigt, während man natürlich mit etwas längeren Haaren durchaus auch einfach mal einen Zopf macht. Ob das jetzt schön ist oder nicht, ob man das praktisch findet oder nicht, aber wenn man morgens einfach mal keinen Bock hat, dann macht man sich einen schönen Zopf und dann ist alles gut. Dadurch, dass bei mir ja natürlich auch noch so eine Naturwelle drin ist, sehe ich morgens wirklich aus, wenn ich in die Steckdose gelangt hätte und musste da jetzt durch die letzten, ja, vier Wochen ständig mit den Haaren ran. Da ich aber eine gewisse Frisur vor Augen habe, wie ich sie gerne demnächst hätte, wollte ich sie halt auch nicht direkt wieder schneiden lassen, weil wenn man ein bisschen eine andere Länge möchte, jetzt nicht so lang, aber, ne, gerade das Unterhaar muss ein bisschen länger wachsen, dann nützt natürlich nichts da, ja, ständig zum Schneiden zu gehen. Aber der Hinterkopf, ich habe es einfach nicht mehr ertragen. Von vorne seht ihr den ja zum Glück nicht. Ich persönlich sehe ihn ja auch nicht, aber ich weiß ja, dass er da ist, dass da kein Voldemort hinten dran hängt. Aber, ja, es wäre auch nicht schlecht, so mit Turban. Ja, und da war es jetzt diese Woche einfach mal soweit und ich habe, ja, diese Stunde wieder sehr genossen. Da wunderbar Haare gewaschen, Kopfmassage und man sieht danach eben einfach gleich wieder ordentlich aus, habe ich so das Gefühl. Und, ja, ich finde, die Ansätze sind erkennbar, wo es mal hingehen soll, aber es dauert bestimmt noch drei, vier Monate bis zum Sommer, bis die Haare dann wirklich so sind wie auf dem Foto, wie ich mir das vorstelle. Aber wir üben uns da in Geduld und es bedeutet ja, dass, wenn diese Zeit rum ist, es ja im Grunde schon Sommer ist. Und, ja, darauf freue ich mich. Obwohl wir uns diese Woche wettertechnisch auch nicht beschweren können, wir hatten zeitweise 14, 16 Grad. Ich habe tatsächlich auch mein Auto diese Woche mal geputzt, gewaschen und musste der ganze Salzquatter, musste da einfach mal runter. Und es ist auch das erste Mal, wo ich mich bewusst daran erinnere, dass an meinem Geburtstag kein Schnee liegt und es nicht schneit. Ja, ich hatte Geburtstag, viele von euch haben es auf Facebook, denke ich, auch mitbekommen und mich haben unglaublich viele Glückwünsche erreicht über Facebook, Instagram, auch hier unter Videos und habe sogar ein paar Mails bekommen und es hat mich unglaublich gefreut. Und, ja, ich kann das gar nicht anders ausdrücken, als immer, wenn ich irgendwie unter Tage mal auf Facebook war oder Mails gecheckt habe, dann ein, zweimal an dem Tag, dass da direkt Nachrichten waren. Und es hat mich, ja, es freut mich immer noch unglaublich, dass so viele Menschen sich die Zeit genommen haben, ja, mir eine kleine Nachricht zu schicken, mir Glückwünsche zu senden. Und das hat, ja, es macht mich wirklich glücklich, dass wir da so eine tolle Community sind und ich einfach so tolle Zuschauer habe, die sich da diese Zeit nehmen und da einfach ein bisschen was, ja, wie viele auch geschrieben haben, was zurückgeben, weil ihnen eben auch einfach meine Videos gefallen und man ja nicht ständig im Austausch ist, was ich schade finde, denn Kommentare sind natürlich immer das Schönste unter Videos und, ja, so habe ich aber auch einen wunderbaren Eindruck bekommen, wer alles da draußen sozusagen ist, was ich wirklich schön fand und ich, ja, immer noch ganz gerührt bin und mir natürlich diese Nachrichten auch für sehr aufmerksam dann durchgelesen habe und auch heute am Samstagvormittag mir vor allem die Zeit genommen habe, um dann auch ein bisschen zu antworten. Gestern hatte ich einfach einen ganzen Tag Menschen um mich, liebe Menschen um mich und habe den Tag sehr, sehr genossen und habe mich besonders über die Thalia-Gutscheine gefreut und den Rebuy-Gutschein und natürlich über alle Geschenke, aber darüber freut man sich als Bücherfan natürlich besonders. Aber so viel jetzt dazu, kommen wir zu den Büchern, neben den Büchern gibt es eben auch ein bisschen was Seriengedönsmäßig, da hat mich etwas sehr Schönes erreicht, was ich auch zeigen kann und möchte und ich habe hier auch noch zwei Mindstyle-Magazine liegen, die jetzt neu diese Woche herausgekommen sind, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Gestartet hat meine Woche ganz high-fantasy-lastig mit dem dritten Teil der Nimmerherz-Reihe, nein, mit dem vierten Teil der Nimmerherz-Reihe, Die Flammen des Phönix von Eric Hellen. Und ja, es ist natürlich schon der vierte Teil und der Abschlussteil wird demnächst folgen. Und parallel gelesen habe ich dieses schwarze Büchlein, wo sogar der Buchschnitt in schwarz gehalten ist, das Lied der Grähen von Leigh Bardugo, ein Buch, das mir vom Knauer Verlag zur Verfügung gestellt wurde und ich mich mega gefreut habe, als ich es mit einer Feder in schwarz bei mir im Briefkasten entdeckt habe und ausgepackt hatte. Und es wurde jetzt einfach Zeit, dass es gelesen wird. Wir starten aber mit der Nimmerherz-Reihe von Eric Hellen. Ja, der vierte Teil, Die Flammen des Phönix, sind seit November 2017 bei Amazon erhältlich. Eric Hellen ist ein Self-Publisher, der seine Bücher hierüber ja im Grunde verkauft und auch verlegt. Mir hat er das Buch in passendem Format für meinen Tolino zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank, Eric, dafür, dass du da immer wieder an mich denkst. Das E-Book kostet 4 Euro, das Taschenbuch 14 und der vierte Teil hat 480 Seiten. Ich verfolge die Reihe, denke ich, ziemlich seit Beginn an. Ich glaube, seit August, September 2015, als der erste Teil Roter Schnee soll fallen herausgekommen ist, ein Jahr später, Jahr 16, kam dann der zweite Teil, Der lange Weg des Windes. Der dritte Teil im letzten Jahr, Das Blut der Roher, war, glaube ich, tatsächlich bisher mein liebster Band dieser Reihe. Und der fünfte und abschließende Teil wird wohl im Frühjahr oder im ersten Halbjahr diesen Jahres erscheinen und heißt dann Das Ende aller Pfade. Ein Traum. Allein die Titelwahl finde ich wieder wunderschön und es ist eben auch High Fantasy, wie man sie sich vorstellt. Und Eric schafft es immer wieder innerhalb von 30, 40 Seiten, mich in diese Welt zu ziehen, mich nach Hause zu bringen, in diese wunderbare Welt, die er erschaffen hat. Mit wunderbar meine ich jetzt nicht einen harmonischen Ort mit Sonne, Strand und Meer, sondern natürlich wirklich eine High Fantasy Welt, die großes Kino ist. Also auch wirklich, was er sich da erdacht hat, wie er es erzählt und wie er die Charaktere durch diese Welt laufen lässt, ist einfach wirklich großartig. Es ist jetzt natürlich schwierig, etwas zu einem vierten Teil zu erzählen, weil man natürlich ganz viel Spoilerpotenzial hat für drei Bände, die schon erschienen sind. Daher werde ich jetzt ein bisschen was zu der grundlegenden Geschichte erzählen, die sich natürlich so meistens im ersten Teil im Grunde abspielt. Und möchte aber zuerst auf diese schöne Cover wieder zu sprechen kommen. Ich bin ein großer Fan der Cover von Eric Kellens Reihe, denn die sind einfach so auf dem Punkt. Auch wenn man anfangs vielleicht nicht weiß, was ein Cover zu bedeuten hat, spätestens wenn man das Buch gelesen hat, denkt man sich, es passt einfach perfekt. Und besonders gelungen fand ich ja den dritten Teil vom Cover. Aber ja, ich mag den dritten glaube ich einfach sehr besonders, weil da einfach diese Roa, diese Eis-Schnee-Wesen eine große Rolle spielen, wie über die ganze Reihe hinweg natürlich. Aber ja, seht ihr, ich komme hier schon direkt ins Schwärmen und ins Schwafeln. Und ja, wir befinden uns in einer High-Fantasy-Welt, die durch Königreiche, durch Könige im Grunde regiert wird. Und wir treffen auf Asha, das ist der Prinz des Hauses Grimhorn. Und er ist ja im Grunde so eine Art Anführer der Nordmänner. Und wir treffen auf der zweiten Seite Ribanna. Und Ribanna ist ein Wildfang und die Prinzessin des mächtigen Königreiches Quell. Und beide sollen sich miteinander verbinden. Und ja, unser lieber Asha bringt auch noch eine Schwester in die Geschichte mit Tani Eichelt. Und muss ich zu diesen Namen tatsächlich noch was sagen? Nein, ich liebe es. Ich liebe die Namensgebung in der Geschichte. Da ist man sofort, man ist sofort drin und in einer anderen Welt. Und das ist einfach großartig. Ja, wir treffen also Ribanna und Asha. Und beide sind dann auch auf einem Fest. Und auf diesem Fest läuft aber allerhand falsch. Und das Schicksal meint es tatsächlich sehr tragisch mit den beiden. Und trennt die beiden auf eine sehr brutale Art und Weise. Und überhaupt, was da passiert, wird von einem Orakel auch noch als sehr düstere Zukunftsversion ersehen. Und auch da müssen wir natürlich ein bisschen uns überlegen, wie das, was das Orakel gesagt hat, vielleicht verändert werden kann. Zudem gibt es die Legende des Nimmerherzes, dass wenn eben das Nimmerherz stirbt, eben nicht einfach tot ist, sondern es dann in einen anderen Körper übergeht. Und das ist nicht vergleichbar mit einer Wiedergeburt, wie man es vielleicht aus dem Buddhismus kennt, sondern das Nimmerherz wandert in einen bereits bestehenden Körper weiter. Und das Nimmerherz an und für sich, das ist ja so schwierig zu erklären, ohne mehr zu verraten, ja, lebt eben in dem Körper weiter, erinnert sich aber an all die Dinge, die er getan hat. Und er ist dann trotzdem wieder er selbst. Und das klingt jetzt, glaube ich, sehr verwirrend. Ist es aber nicht. Denn unser Nimmerherz ist jemand, der sich dahin zurück sucht und wünscht und einen Weg auf sich nimmt, um dahin zu kommen, wo er eben hin möchte. Und wir begleiten dieses Nimmerherz sozusagen eben auf seine Reise zurück. Und innerhalb dieser Zeit verfolgen wir eben diese, unter anderem diese drei Protagonisten und erleben eben, wie so Krieg aufkommt, wie Verzweiflung aufkommt. Wir sind bei dieser Suche dabei. Und es passiert eben so viel auf der Landkarte, was ich einfach unglaublich finde. Und immer sehr geprägt von Liebe, von der Suche nach, nach Zufriedenheit und Glück. Und ja, gelingt das wirklich sehr, sehr gut. Neben diesen wunderbaren Namen sind auch die Charaktere innerhalb der Geschichte großartig. Und sehr tiefgründig und sehr echt und sehr waghalsig, mutig, stark und in den richtigen Momenten aber eben auch gefühlvoll und auch mal verzweifelt. Und ja, das ganze Spektrum an Gefühlen kommt hier eben hervor, was auch eben einfach dazugehört. Neben der Legende des Nimmerherzes und diesen Königreichen gibt es aber eben auch diese Eiswelt, Schneewelt im Norden. Und da gibt es eben die Roa, die eben im dritten Teil auch ihren eigenen Titel sozusagen bekommen haben. Und das sind Wesen, die ich mit meiner Fantasy, Liebe und Herzen wirklich sehr auch ins Herz geschlossen habe und die ich großartig finde und die ich eben als etwas ganz Besonderes finde. Und ja, wie ihr seht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll mit dem Schwärmen. Ich liebe einfach diese ganze Reihe. Ich habe den ersten Band verschlungen, beim zweiten und dritten war es das Gleiche und auch im vierten Band war ich gefühlt sehr schnell durch die fast 500 Seiten durch. Und ich merke wirklich nach 30, 40 Seiten bin ich wieder drin. Ich weiß wieder, wo ich bin, wer ich bin, wann ich bin und was es im Zusammenhang mit dem vorhergehenden Teil war. Und das ist natürlich nach einer Zeit von, ich glaube, fast einem Jahr oder sogar über einem Jahr. Oder es könnte jetzt fast ein Jahr gewesen sein, gleich, wo wir drauf gewartet haben. 15, 16, 17, ja, ich glaube. Und das muss man natürlich auch erstmal können als Autor. Und Erik schafft das. Diese riesige Welt, die er erschaffen hat, die so detailreich ist, die so fantasievoll ist und die er mit so wunderschönen Worten auch beschreibt. Und es ist natürlich eine brutale Welt. Es passieren grausame Dinge. Und man hat natürlich schon wirklich diesen typischen High-Fantasy-Faktor, dass eben Krieg herrscht, dass Unruhen gibt. Und dann haben wir aber natürlich auch so ein bisschen ein Gegengewicht dazu. Und eben wirklich diese, die Handlungen der Charaktere sind toll nachvollziehbar. Sie wirken echt. Und auch wenn sie einiges ertragen müssen, tun sie das. Und mit so viel Stärke und Selbstbewusstsein und besonders Tani finde ich großartig. Und ja, der vierte Band schließt wieder an den dritten an. Ich muss ehrlich sagen, bei mir war jetzt der vierte Band einen Hauch schwächer, als es die anderen Bände waren, wirklich nur so ein Hauch, weil ich manche Dialoge in diesem Buch etwas verwirrend fand. Ich kann es nicht konkret festmachen, aber es gab so manche Dialoge, wo ich dachte, hä? Und ich die nochmal gelesen habe. Und ich so dachte, die waren diesmal nicht so rund, wie man es aus den anderen Bänden kann zudem. Und das finde ich besonders schade. War manche Beschreibung sehr langatmig, wo ich mir dachte, ja, ich habe jetzt verstanden, dass es so und so ist. Und Erik hat auch irgendwie in diesem Teil manchmal sehr viele Wiederholungen eingebaut. Wo er gefühlt immer, wenn etwas Spezielles passiert, wenn ein Messer hervorgeholt wird, wenn eine Situation ist, sich der Charakter daran erinnert, was es damit auf sich hat. Und das ist ganz schön, dass sich der Charakter immer mal wieder daran erinnert. Dagegen habe ich nichts. Aber wenn das in einem Buch zehnmal passiert, ich habe es jetzt nicht gezählt, dann dachte ich, ja, ich habe jetzt schon verstanden, dass das und das wichtig ist für den Charakter. Und wo ich so dachte, man macht das im wahren Leben halt auch nicht. Also ich gucke nicht immer, keine Ahnung, man guckt nicht immer ein Gegenstand an, oh, das ist ein Erbstück der Oma. Ach, und da erinnere ich mich. Und fünf Stunden später, ach, das Erbstück der Oma, das macht man halt nicht. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wo sich Erik da verlaufen hat. Aber das hoffe ich, dass im fünften Band wieder ein bisschen mehr zurückgeht. Nichtsdestotrotz ist diese ganze Reihe und auch der vierte Band wirklich großartig. Also es ist auch Jammern auf hohem Niveau. Es ist natürlich, man vergleicht natürlich innerhalb einer Geschichte trotzdem so ein bisschen die Bände. Man merkt ja auch den Fortschritt, den Erik im Erzähl macht, im Schreiben macht. Und den nimmt man durchaus wahr. Im Vergleich zum ersten Band ist da gerade, was die Tiefgründigkeit der Charaktere angeht, wirklich ein Wachstum zu spüren. Aber es hatte eben auch die ein oder andere Schwäche. Und ich weiß nicht, ob er sich eben nicht einfach ein bisschen verloren hat in manchen Szenen und da einfach so alles wollte und das aber vielleicht einfach zu viel war. Das ist so mein Eindruck. Nichtsdestotrotz freue ich mich mega auf den fünften Tag. Ich bin sehr gespannt, wann er herauskommt und wann ich ihn dann lesen werde und freue mich sehr. Obwohl, es ist dann natürlich auch Abschied nehmen von einer Welt, die ich super, super schön fand und die mir wirklich sehr ans Herz geht. In mein High-Fantasy-Herz sozusagen. Und ich wirklich sage, dass das wirklich einer der Top 5 High-Fantasy-Bücher ist, die ich gelesen habe so in meiner Welt, in meiner Zeit, in meinem Leben. Es klingt so dramatisch. Und ich denke, dass da schon einiges dazu gehört. Dass da das vom Thron sozusagen oder von dieser Top 5 irgendwann mal herauszustoßen. Also großartige Reihe für alle, die High-Fantasy lieben. Schaut euch die Nimmerherz-Reihe an. Die ist wirklich großartig. Schon seit, ich glaube, Ende, Mitte Oktober lag das Lied der Krähen auf meinem Sub. Ein Buch von Leigh Bardugo. Der Auftakt einer Trilogie, wenn ich mich nicht irre, wenn es nicht nur, doch, ich glaube, eine Trilogie. Das Buch ist erschienen im Oktober 2017 bei Knauer, wurde mir auch von diesem dankenswerterweise mit einer schwarzen Feder zur Verfügung gestellt. Kostet bruschiert in dieser wunderschönen Ausgabe mit einem schwarzen Buchschnitt. Also wirklich großartig von der Optik. 17 Euro als E-Book, 15 Euro und hat 590, fast 600 Seiten. Die Autorin hat die bekannte Grisha-Reihe geschrieben, die ich immer mal schon gesehen habe, die mir auch immer mal schon empfohlen wurde, die ich aber selbst nicht kenne, noch nicht gelesen habe und auch gefühlt ganz so das Ansinnen hatte, diese Reihe zu lesen. War ja gerade um den dritten Teil, glaube ich, in gebundener Form so ein riesen Aufriss gemacht wird, den ich persönlich nicht verstehe. Und wenn es dann natürlich von einem Buch irgendwie dann, glaube ich, nur noch eine andere Ausgabe im dritten Teil gibt, dann weiß ich auch nicht. Das ist dann so, wo ich denke, also wenn ich mir sie schon dann als Buch ins Regal stellen würde, dann will ich auch, dass sie mehr oder weniger zusammenpassen. Ansonsten würde ich sie wahrscheinlich einfach eher als E-Book lesen, um dieses Problem, ja, im Grunde aus dem Weg zu gehen. Ja, es haben sich viele, viele gefreut, als diese Reihe endlich ins Deutsche übersetzt wurde. Der englische Teil der Crockett Kingdom-Reihe, ja, das hat die im Grunde den Überbegriff, gibt es bereits. Also man könnte direkt im Englischen weiterlesen und ich glaube, es gibt sogar schon den Termin für den zweiten Teil im Deutschen. Ich habe ihn aber jetzt mir nicht gemerkt. Ja, er ist mir irgendwo untergekommen in dem Buchverschauen, Frühjahr, Sommer. Da ich es aber noch nicht gelesen hatte, habe ich es dann nur so mit halbem Auge wahrgenommen. Werde mich da jetzt aber auf jeden Fall schlau machen. Man kann das Lied der Krähen lesen, ohne die Grischer-Reihe gelesen zu haben. So ging es mir ja im Grunde auch. Ich habe da auch ein paar Leute vorab gefragt. Es spielt zwar in der gleichen Welt von Grischer, hat aber nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun. Hat mich dann eben so ein bisschen auch an Mittelerde erinnert, denn man kann ja auch das Simmarillion unabhängig vom Hobbit oder vom Herrn der Ringe oder wie auch immer lesen. Und man kann ja zum Beispiel auch den Herrn der Ringe lesen, ohne dass man den Hobbit kennt. Und spielt zwar alles im gleichen Universum, aber man muss nicht aufbauend irgendwie ein Buch vorher kennen. Und das sei dazu gesagt, ja, mir hat nichts gefehlt. Ich hatte auch keine besonderen Fragezeichen, wo auf Grischer irgendwie Bezug genommen wird oder so. Das ist mir bewusst überhaupt nicht aufgefallen. Und dementsprechend kann ich hier sagen, ja, man muss Grischer nicht kennen, um dann eben das Buch auch lesen zu können. Ja, wir sind hier in der Hafenstadt Ketterdam, einer sehr lebendigen Stadt, die eben auch sehr viele Touristen anzieht. Und es wirkte für mich von der Beschreibung her ein bisschen wie das alte Stinken der London, was man so ein bisschen zu Zeiten von Jack the Ripper kennt. War so anfänglich zumindest mein Gefühl. Wir haben hier sehr viele zwielichtige Personen, die vor allem die Touristen ausnehmen wollen und das auch tun. Und ja, natürlich hier so ein bisschen wirklich ans Ausrauben geht, um Trickbetrügereien und all dieser Dinge, wie man sie sich in so einer klassischen Hafenstadt eben vorstellt. Wir treffen auf Cass Brecker, der der Anführer ist der Drax Bande. Und ja, der gerne mal etwas riskiert, der das alles tut für Ruhm und Geld und ja, eben auch so ein bisschen für sein Anführertum. Und er bekommt eine große Chance, sehr viel Geld einzusacken, um er einen großen Magier aus dem bestbewachtesten Gefängnis zu befreien. Dazu holt er sich eben auch noch vier Helfer, die sich dann eben mehr oder weniger die Krähe nennen. Wir haben neben Cass, der als Anführer eben ja fungiert und auch, glaube ich, tatsächlich so der Charakter ist, den wir am meisten in diesem Buch begleiten, haben wir eben noch Jasper, der so eine Art Adrenalin-Junkie ist. Wir haben eine etwas ruhigere und dennoch nicht zu unterschätzende Inay. Wir haben den Hexenjäger Matthias und die magische Nina. Und wir bekommen von allen, ich habe irgendeinen vergessen, ja, Wylan, der keine eigene Perspektive hat. Wir haben in diesem Buch eben so die ein oder andere Perspektive und eben den Wechsel zwischen diesen Krähen. Und die erzählen uns dann eben die Dinge aus der Sicht von ihnen selbst. Außer eben Wylan, deswegen war ich jetzt gerade so ein bisschen gedanklich verwirrt, dessen er eben mitgeht und wir immer von den anderen über ihn lesen und erfahren. Nichtsdestotrotz ist er natürlich ebenso wichtig wie alle anderen. Jeder von ihnen verfolgt ein eigenes Ziel und sie wollen eben mehr als nur überleben. Und das Schöne hier ist eben, dass wir das durch diese Perspektiven wirklich erfahren und eben so das große Ganze dann viel besser erkennen. Denn die Gruppe trennt sich auch mal innerhalb der Geschichte und dann verfolgen wir aber trotzdem, ja, beide Geschichten, ohne dass uns irgendetwas entgeht. Die Geschichte war, ich fange anders an, der Plot ist grandios. Es ist eine Wahnsinnsidee, es ist sehr gut durchdacht, es hat Wendungen, die man überhaupt nicht kommen sieht. Es hat Charaktere, die jeder für sich sehr eigen ist, sehr speziell ist, sehr gelungen ist und man jeden auf seine Art, ja, kennenlernt und auch mehr oder weniger ins Herz schließt. Und das alles wirklich in einer Welt, die ich ganz toll fand. Zum Erzählerischen muss ich aber sagen, dass ich die ersten 100 bis 130 Seiten unglaublich verwirrend fand. Man wurde in die Geschichte hineingeworfen und ich weiß nicht, ob erwartet wird, dass man etwas weiß, denn ich wusste es nicht und tat mir unglaublich schwer zu begehen. Also ich war wirklich ständig hier und habe Fragezeichen im Gesicht gehabt und dachte mir, von was schwärmen denn all die Menschen in meiner Umgebung, die dieses Buch feiern? Ich habe es irgendwie nicht so direkt zu Beginn verstanden. Aber, aber dann ging es los. Ab, ich sage mal, höchstens 150, die nächsten 400 Seiten waren der Hammer. Man war dann drin, ich weiß nicht, hatte vielleicht auch das Gefühl, dass sich der Schreibstil irgendwie verändert hat. Oder man hat einfach genug Infos gehabt, um dann eben zu verstehen, wo es hingeht. Denn das fehlt einem, glaube ich, tatsächlich, wenn man anfängt mit dem Buch. Und bis man eben alle kennengelernt hat, alle beieinander sind und die Geschichte gefühlt richtig losgeht, vergehen halt 150 Seiten. Und das hat mir natürlich schon ein bisschen, ja, ich dachte so, wo bin ich hingekommen? Ist das das gleiche Buch, wie alle anderen gelesen haben? Doch man merkt dann, diese 400 Seiten habe ich dann auch wirklich, ja, ich glaube in zwei Tagen, zweieinhalb Tagen weggesuchtet. Also es war wirklich dann großartig. Denn die Charaktere sind der Wahnsinn. Die sind ausgestaltet, die sind bildhaft. Das ist eine Welt, die man sich vorstellen kann. Und es ist einfach, es ist einfach auch Hammer, wie sich die Charaktere entwickelt. Man hat jemanden, den man mag, den man ins Herz schließt. Dann tut er etwas und dann hasst man ihn abgrundtief, um ihn dann 100 Seiten später vielleicht wieder zu sagen, ah, und dann mag man ihn wieder. Und natürlich auch umgekehrt. Also es geht in beide Richtungen und es ist einfach der Wahnsinn, wie glaubwürdig das ist. Also man kommt sich an keiner Stelle dann irgendwie verarscht vor oder denkt sich, naja, das ist total unlogisch, so macht das doch keiner. Doch genau so würde man wahrscheinlich handeln. Was ich sehr toll auch fand, war, dass wir einige Rückblicke bekommen haben, um die Geschichte ein bisschen besser zu verstehen. Das hat es mir dann tatsächlich um einiges leichter gemacht, um all dem zu folgen, was in dieser Geschichte passiert. Und halt sehr, sehr gelungen ist diese Gruppendynamik in diesem Buch. Denn dieses so Miteinander, diese Charaktere, die aufeinandertreffen, das gleiche Ziel haben, aus unterschiedlichen Gründen, die machen das unglaublich gut. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Das war jetzt, Freundschaft ist vielleicht zu viel gesagt, aber wirklich so dieses Gruppen, dieses Miteinander, Beieinander, das fand ich halt wirklich großartig herausgearbeitet. Das ist eine Geschichte, die wirklich Wahnsinn ist. Also die wirklich mich begeistert hat, gefesselt hat, die packend ist, die bildhaft ist, die lebendig ist, die schnell ist, die an der Stelle mal nirgendwo sich langweilt, nirgendwo man das Gefühl hat, da ist irgendwie eine Seite, eine Geschichte, ein Dialog zu viel, sondern wirklich großartig ist. Sie hat halt nur gebraucht, bis sie, ja, bis sie losging. Und das ist halt wirklich ein bisschen schade. Das ist tatsächlich so mein Wermutstropfen bei dieser Geschichte, wo ich so denke, Mensch, hätte das nicht schon auf Seite 50 losgehen können, hat halt wirklich 150 Seiten gebraucht. Also so der erste Leseabend war so ein bisschen verzweifelt, wo ich dann dachte, okay, zu diesem Buch musst du jetzt morgen, also musst du jetzt wieder greifen und wovon sprechen die alle, die das hypen? Ja, dementsprechend gibt es hier theoretisch eben einfach ein bisschen Abzug, aber Idee, Umsetzung ist wirklich einfach mega und es ist wirklich eine ganz spezielle Welt. Also das ist wirklich, ja, man bekommt eben auch direkt Lust, dann die Krischer-Reihe sozusagen sich zu greifen, um mehr von dieser Welt zu sehen. Und wahrscheinlich werde ich zu Krischer greifen, wenn ich die Reihe hier beendet habe. und ja, also großartig, kann ich empfehlen. Es ist wirklich ein absolutes Highlight und ich freue mich mega auf den zweiten Teil. Man muss halt einfach die ersten 150 Seiten oder 120, ich habe nicht genau geguckt, muss man sich einfach so ein bisschen durchwurschteln. Das klingt jetzt so blöd, dass es ein Highlight ist, aber obwohl es 120 Seiten so ein bisschen hm war, weil einfach die Idee so grandios ist und es hinten nach eben einfach alles rausholt, was man sich vorstellt, was man sich wünscht, was man geil findet und das in Verbindung eines Buches. Sag ich, glaube ich, auch sehr selten. Nein, eine großartige Geschichte, wirklich absolute Empfehlung. Versucht die ersten 100 Seiten einfach durchzuhalten, was ja jetzt bei knapp 600 Seiten auch noch nicht so viel ist. Also, ja, es ist von der... Ja, ihr versteht, wie ich es meine. Und ja, ich freue mich auf den zweiten Teil und werde mich natürlich schlau machen, wann der zweite Teil dann herauskommt. Das war es buchtechnisch auch schon für diese Woche. Es hat sich ein kleines Lese-Testlese-Projekt mit hineingeschoben und von daher sind es dann halt auch einfach nicht mehr Bücher, sag ich mal, geworden. Aber, ja, das habe ich ja öfter mal. Von daher ist das gar nicht weiter dramatisch. Denn die Testlese-Bücher landen bei mir ja auch nicht in der Statistik in irgendeiner Art und Weise, weil ich die ja schon anders lese, mit einem anderen Fokus doch ein bisschen lese. Denn man will ja nicht einfach nur durch die Geschichte fliegen und sie aufnehmen, sondern man will ja auch konstruktiv etwas dazu beitragen. Dementsprechend, wenn ich das irgendwie werten müsste, fände ich es sehr, sehr schwierig. Dann gibt es in dieser Woche noch zu erzählen, dass ich die Serie Grace und Frankie sehr, sehr genossen habe. Ich habe die erste Staffel jetzt komplett diese Woche angeguckt. Sie läuft auf Netflix und ich habe schon als Erinnerungsmerke bekommen, dass Staffel 4, ich glaube, ab 18. oder 19. auch auf Netflix erhältlich sein wird. Und das passt natürlich perfekt, denn ich kann jetzt im Januar hindurch ja, Grace und Frankie suchten und diese Serie genießen. Ja, um was geht es? Wir haben hier, ja, Ü70-Charaktere, zwei Paare, die mehr oder weniger befreundet sind. Gerade die Männer teilen sich auch irgendwie eine Kanzlei. Beide Paare sozusagen haben eigene Familien, eben mit Kindern. Die eine adoptierte Söhne, die andere eigene Töchter, die auch wieder ihr Leben führen. Und nach, ja, 40 Jahren Ehen outen sich die beiden Männer, dass sie seit 20 Jahren eben ein Verhältnis haben, dass sie eigentlich schwul sind, sich jetzt von ihren Frauen scheiden lassen und heiraten wollen, denn das ist jetzt eben erlaubt. Und das bringt natürlich diese ganze Gruppe an Menschen doch ganz schön durcheinander in ihrem Leben und ist großartig lustig. Also es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam gestaltet und man hat Momente, wo man wirklich lacht, herzhaft lacht, wo man schmunzelt, wo man sich auch mal selbst fragt, wie würde man in mancher Situation reagieren. Und die beiden Frauen eben dann ins Strandhaus ziehen, denn sie sind ja mitten in Scheidung. Die leben sehr, ja, mit relativ hohem Reichtum, würde ich jetzt mal sagen. Dort haben sie die Kreditkarten gesperrt. Und so müssen sich die beiden Frauen, die unterschiedlicher, nicht sein können. Denn wir haben hier schon so die High Society Grace und die etwas ökonomische, hippiemäßige Frankie. Und die, da treffen natürlich auch Welten aufeinander. Und die mochten sich vorher halt nicht wirklich, haben auch immer geguckt, dass sie nicht miteinander im Strandhaus sind, obwohl das Haus eben ihnen gemeinsam als Familien sozusagen gehört. Und da passieren natürlich allerlei Dinge. Und natürlich auch, wie die Kinder reagieren, wie die Umgebung das so wahrnimmt. Und ich finde es großartig. Also ich finde es wirklich sehr unterhaltsam. Es hat eben lustige Momente, aber auch manchmal so ein bisschen was Dramatisches, Tragisches. und das wirklich so mit diesen Ü-70er-Charakteren, die ich Hammer finde. Wir haben zum Beispiel Jane Fonda, die Grace spielt. Wir haben Martin Sheen, die ihren Mann Robert spielt. Wir haben Lily Tomlin, die mit Jane Fonda auch Produzent ist, die Frankie spielt. Und Sam Waterson, der dann, jetzt habe ich den Namen vergessen, Saul spielt, den Mann von Frankie oder den Ex-Mann von Frankie. Und das sind Charaktere, die ich großartig finde. Zudem haben wir eben auch noch die Kinder, die ich Hammer finde. Besonders Brianna, diese taffe Mitreißigerin, wahrscheinlich die ich einfach großartig finde. Ich liebe den Zynismus und den Sarkasmus in dieser Sendung und ich bin wirklich großer, großer Fan. Und es kam jetzt wohl jährlich eine Staffel dran. Also ich glaube, die läuft jetzt seit 15 und jetzt kommt eben Staffel 4 und ich frage mich, warum mir die Serie erst jetzt auffällt. Und ich weiß gar nicht, ob die vielleicht jetzt auch erst auf Netflix lief. Ich habe das vorher nicht so direkt wahrgenommen, bin aber wirklich jetzt totaler Fan und freue mich jetzt jede Woche gefühlt so eine Staffel anzugucken und das zu genießen. Und auch wenn ich so die ersten zwei, drei Folgen noch dachte, hm, ob das was für dich ist. Ja, also definitiv. Ich mag den Humor darin und die Themen, die besprochen werden und das eben es mal nicht um das hippe, tolle Leben von jungen Menschen in New York geht, sondern halt wirklich mal so Ü70 Charaktere mit den Kindern natürlich, die dann so ja in meinem Alter sind, ja die Hauptrolle haben. Und dass die halt ihre eigenen Probleme in ihrer eigenen Welt haben, was ich einfach toll finde und man sieht dann tatsächlich diese Welt mit anderen Augen. Also wirklich großartig, hat mir sehr, sehr gut gefallen und gefällt mir nach wie vor. Dann haben wir seit Donnerstag die Umfrage für das Februarbuch im Leseclub laufen. Ich habe dazu auch ein eigenes Video mit der Vorstellung der für Bücher gemacht und die Umfrage läuft jetzt noch bis zum kommenden Donnerstag und dann werden wir das Februarbuch lesen. Zudem starten wir am Samstag, den 20. mit Pompeji von Robert Harris das Januarbuch aus dem Leseclub. Wer es also noch nicht sich besorgt hat und jetzt aber mitlesen möchte, der muss jetzt diese Woche rennen. Was ich super lustig fand, das hat mir nämlich eine Zuschauerin drunter geschrieben, als ich in dem Video darauf ja hinwies, dass wir ab 3. Februar von Dan Simmons, was habe ich jetzt vorhin gesagt, Robert Harris, Dan Simmons, habe ich jetzt irgendwas durcheinander gebracht, ich weiß gerade nicht, der Berg lesen und sie mir drunter geschrieben hat, ja sie musste jetzt nochmal losrennen, weil sie es irgendwo als Mengeexemplar gesehen hat, den Berg und sie ja mitlesen wollte und ich fand das einfach so lustig, wo ich dachte, ja ich kann das sehr gut nachvollziehen und ja, also es ist alles unten in der Infobox zu finden, es ist immer der Leseclub verlinkt, ich habe jetzt auch die Dan Simmons Lesegruppe nach unten geparkt und ich glaube auch, dass es eine Harry Potter Reread Gruppe geben wird, denn ich habe jetzt schon gemerkt unter meinem Challenge Video diese Woche, dass sehr viele gerne mitlesen möchten, dass Harry Potter nochmal gereadet werden soll und vielleicht am Anschluss dann direkt der Herr der Ringe und ich denke, man kann sich durchaus jeden Monat einen dieser Teile vornehmen und ja, dass wir das dann einfach gemeinsam lesen und uns da austauschen und ja, sobald die Gruppe steht und ähnliches, werde ich natürlich wahrscheinlich nochmal ein Video machen, verfolge da einfach mal ein bisschen Facebook und auch hier die Videos, ich werde das auf jeden Fall noch bekannt geben, wenn ich die einrichte, aber ich denke jetzt mal nicht mehr im Januar, aber ja, spätestens dann starten wir mit den Rereads. Ja, dann habe ich diese Woche wundervolle Post von der lieben Michelle Schrenk bekommen und zwar hat die zusammen mit ihrem Cover Designer von Buch gewandt, glaube ich, eine Art Notizbuch gemacht und herausgebracht und man kann das bei ihr via E-Mail im Grunde bestellen, ich packe mal am besten den Facebook-Post von ihr unten in die Infobox und sie verpackt die auch zu Hause komplett selbst und sie hat mir eben ein kleines, als kleine Aufmerksamkeit dieses Büchlein zugeschickt, was ich großartig finde und ich finde es einfach so schön, dass es so eine Ringbuchart hat und das sieht halt optisch auch wirklich richtig, richtig schön aus. Mein Traumplaner, Träume können wahr werden, wenn wir daran glauben und das ist wirklich auch wunderschön innen gestaltet, wie ich finde, also man hat hier linierte Seiten und wirklich super, super schön hier mit einer To-Do-Liste und eben auch mit wichtig und das wirklich auch auf jeder Seite hier drin und ich finde es einfach auch super, super schön, dass wir eben dieses Ringbuch haben. Ich finde das ja wirklich bei meinem Leuchtturm ist das der einzige Manko, was ich finde bei diesen Bullet Journals, die es gibt, dass die eben alle so ein festes Buch haben, dass man die eben immer aufgeklappt liegen haben muss und eben nicht einfach mal so machen kann, um eine der Seiten zu haben. Das finde ich echt schade, aber hier finde ich das wirklich ganz, ganz toll und wer sich gerne so ein Büchlein besorgen möchte, guckt einfach mal in die Infobox. Und neben diesem Planer war auch eine wunderschöne Postkarte mit drin von der lieben Michelle. Solange es die Liebe gibt, wird es auch Zauber und Wunder geben, was hier so ein bisschen anspielt auf ihr, ja, ihr Büchlein Der Zauber des ersten Schnees, was eine super schöne Geschichte war, was glaube ich ein neues Cover erhalten hat. Und dann habe ich auch noch so eine Art Lesezeichen bekommen mit ihren Büchern und das wird man jetzt wahrscheinlich durch die Kamera nicht so sehen, was vorne so ein bisschen Metalle spiegelt. Und auch hier drauf steht ein wunderschöner Satz. Manche Menschen haben dicke Bücher, manche nicht. Einige Geschichten enden früher als andere. Doch die Menschen, die wir lieben, sind immer bei uns, denn die Liebe in unseren Herzen ist das, was uns für immer verbindet. Super, super schön. Hat mich mega gefreut, als ich dieses, ja, Paketchen ausgepackt habe. Und wie gesagt, wenn ihr gerne so einen Planer hättet, dann guckt einfach mal in die Infobox und geht auf Michelles Autorenseite, glaube ich, war es. Ja, dann sind bei mir diese Woche zwei Mindstyle-Magazine eingezogen. Zum einen etwas überraschender, die Mavi. Die hatte ich, glaube ich, schon zwei, drei Mal, fand sie aber dann nicht ganz so gut wie die Flow und andere und habe sie dann gar nicht mehr weiter verfolgt. Doch diesmal hat mich angesprochen, weiß ich ein bisschen um die Fortsetzungen vor, nein, nicht Fortsetzungen geht, sondern um die Vorsätze geht. Denn hier heißt es, welche Vorsätze uns wirklich gut tun. Und dann heißt es hier, alles ist möglich, wer neue Wege gehen will, muss alte Pfade verlassen. Und das fand ich mega, mega spannend, so vom Thema. Es geht hier unten eben auch um neue Perspektiven, um glücklich schreiben, ein positives Tagebuch zum Beispiel zu führen und eben um Träume zu erfüllen. Zudem sind wieder wunderschöne Papier-Dinge enthalten, sage ich mal, von Geschenkpapier über Plakate, Poste. Ich glaube, man kann es hier, glaube ich, doch hier irgendwie rausnehmen. Ja, was ich einfach super schön finde. Was haben wir hier? Ja, genau. Fuchs und Hirsch und hier dann auch nur noch mal Hirschen und zwar ist das von Zahner Goldhawk. Ich glaube, hier kann man es jetzt ganz gut sehen, die beiden Bilder, wenn sie dann eben groß sind. Und ich hänge sowas super gerne im Schlafzimmer oder auch in den Flur. Ich habe im Flur verschiedene Bilderrahmengrößen hängen, die ich immer mal austausche und gerade auch in der Flow oder auch in anderen Zeitschriften sind ja oft auch sehr schöne Bilder auf einer Seite, die man dann eben auch für allerlei Dinge verwenden kann und vielleicht auch für schöne Grußkarten und so. Und da habe ich mir die Mavie sozusagen gegönnt. Und gestern mitgebracht hat mir eine liebe Freundin die neue Hücke, die, glaube ich, am Mittwoch erschienen ist, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und zwar ist es die Nummer 4 und die sieht optisch auch super, super schön aus. Und Hücke hat mir ja unglaublich gut gefallen, das Magazin. Und ich habe alle drei hier und finde die wirklich ganz großartig, von was es enthält. Und Hücke ist ja so dieses gemütlich, dieses beisammen, dieses es geht einem gut Gefühl. Und ich mochte ja auch das Buch Hücke, habe auch noch das Buch Lücke, glaube ich, irgendwo hier stehen, noch ungelesen, von Mike Wicking, der jetzt wohl sogar eine Kolumne in der Hücke bekommt oder hat, jetzt, glaube ich, ab dieser Ausgabe. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt darauf. Also wer jetzt eben sagt, oh, mir ist mal nach mein Style, der ist hier auf jeden Fall richtig und guckt sich jetzt einfach mal in den Zeitschriftenläden um. Es erreiche mich auch immer mal Fragen, wo es die so gibt. Also bei mir gibt es die zum Beispiel auch in der Talia, bei mir gibt es die auch in dem ein oder anderen, ja, Supermarkt, wie Kaufland, Edeka, Marktkauf. Immer wieder sehen tue ich diese aber eben auch an Bahnhofszeitschriften, wo ich sie mir auch sehr regelmäßig dann hole, wenn ich da in der Nähe bin. Also haltet da einfach Ausschau, wenn euch das interessiert. Und wenn ihr sagt, Mensch, eins der Magazine, die finde ich mega spannend und ich tue mir aber schwer, diese zu finden, dann glaube ich, ist vielleicht so ein Abo tatsächlich nicht verkehrt, um da einfach, ja, immer auf der sicheren Seite zu sein, dass man sie entdeckt. Aber ja, die sind diese Woche bei mir eingezogen und werden, denke ich, jetzt auch die nächsten Tagewochen immer mal wieder von mir gelesen. Und ja, ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen auch mit der vergangenen Woche. Ich glaube, ich habe es auch genug gequasselt. Wie ihr seht, ist hier ein neues Motto eingezogen in meine Lightbox, die ich schlecht anmachen kann, weil die sich mit der Softbox sonst überstrahlt. Und mein erkorenes Motto, mehr oder weniger, für den Anfang zumindest von 2018, ist einfach, weil jeder Tag zählt. Jetzt kann jeder raten, aus welchem Film ich hier zitiere, wer es sagt. Ja, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja, es ist ein Zitat von Jack Dawson alias Leonardo DiCaprio aus Titanic, der hier ja in der ersten Klasse nach dem Rettungsversuch bei Rose sozusagen mit den Nieren darf und der eben davon schwärmt, wie schön dieses Leben des Armen sozusagen eigentlich ist, weil es ja Freiheit bedeutet und dann eben trinkt man ja gemeinsam auf, weil jeder Tag zählt. Und da ist einfach ganz, ganz viel Wahres dran und auch etwas, was ich mir einfach sehr bewusst machen möchte. Und ich glaube, dass mir da unter anderem dieses Visualisieren auch wirklich sehr helfen kann und wird und soll. Und ja, denn es zählt eben einfach jeder Tag und man hat eben auch nur die begrenzte Zeit. Ja, das ist genug des Schwafelns so zum Ende. Ich hoffe, euch hat meine Bücherwoche heute wieder gefallen. Vielleicht kennt ihr ja auch eins der beiden Bücher schon oder seid vielleicht in der Nimmerherz-Reihe gerade gestartet. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder habt auch Tipps, was zum Beispiel mein Style angeht. Vielleicht auch YouTube-Kanäle, Instagram-Accounts oder Zeitschriften, Bücher. Immer gerne in die Kommentare. Guckt auch in der Infobox vorbei. Ich versuche an alles zu denken, was ich verlinken wollte, dann auch, dass es da zu finden ist. Hoffe, ihr hattet ja ein bisschen eine schöne Zeit mit dem Video. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.